hallo leute und herzlich willkommen zurück bei kingdom come deliverance nämlich töten will ich nicht ok hätte was nehmen sollen oder so das gibt punkte so zuerst einmal hier aufsitzen und das hier nehmen ok die sollen davon schießstand ok versenkte karte ist hier unten ok schnell ok los los ja es ist irgendwo hier ok da wo wir hin müssen so da wir bei ihm die würfel nicht gefunden haben würde ich sagen er hatte sie nicht ah hier sind die kühler da machen sie gerade kohle und da schaffelt er gerade die kohle raus ok aber eigentlich schön detailliert ja das ist mir ja nicht so aufgefallen ok ja ja ein waldmensch so so da vorne ist auch schon das lager ok des räuberbarons und seine heiteren gesellen gut wir werden uns vorstellen und sagen was da los ist plus minus plus minus so wusste eingang zum lager hier perfekt ok wollte mir wollte zuerst da umschauen aber dann halt eben nicht gehe ich richtig in der annahme dass dies das lager von herrn erhard baron von bilowetz ist du bist herr alphons nicht wahr du kommst aus prag aus prag ja über gürim ne wir kommen aus schlangen haben aber ein paar gewohnt mitnichten guter mann aus schlangen ein ganz schönes stück wie war die reise wie in diesen unruhigen zeiten nicht anders zu erwarten oh ja man ist ja nirgends mehr sicher überall lauren halunken um arglose reisende auszurauben oder sogar zu töten wie war wie war dem pflichte ich bei man kann auf reisen nicht vorsichtig genug sein nun gut aber du musst dich gedulden erhard ist gerade beschäftigt ganz recht ich werde hier wird einem nicht langweilig es wird viel gewürfelt und die wetteinsätze können sich sehen lassen ich habe ein auge auf edle handschuhe und ein altes schmuckstück geworfen schmuckstück sagst du jawohl geh doch mal zum alten blaha dem kerl am tisch dort drüben der kann lesen schreiben und rechnen wie ein gelehrter und auch anderes zeug er sorgte ein bisschen für ordnung ab dank vielleicht mache ich das okay es wurde gespeichert aber ich weiß nicht ob mir das gefällt ich kann schon kochen mit dem können wir nicht reden so was dann okay ich will im moment hier nicht stehlen ist das auch ein bandit ja der hatte bla bandit ok alter bla man sagte mir ich könne hier würfeln bisher er hat mich empfangen kann der hat gerade viel um die ohren du musst herr alphons sein ich bin blaha er hat gehilfe jemand muss sich ja um alles kümmern auch ums würfeln mir kam zu ohren dass es hier immer interessante wetteinsätze gibt das stimmt im moment edle plattenhandschuhe zwei ketten eine davon ein feines stück ein scharfes schwert und ich habe wohl den überblick verloren es ist hier so üblich dass man etwas setzen muss wenn man würfeln will ich muss als gast für meinen wohlbefinden selbst aufkommen ich würde ja gerne etwas setzen aber ich habe nichts ich bin später etwas mit dann muss ich wohl auch etwas setzen die weiber schänden alles niederbrennen zechen zerstören plündern beziemt es sich etwa dass der gast deines herrn selbst dafür aufkommen muss dass er sich nicht langweilt so wie du es ausdrückst herr nein vermutlich nicht möchtest du sogleich würfeln oder ähm sogleich wozu warten ein mann der zur tat schreitet das gefällt mir du wirst gegen birne spielen er ist nicht der hellste und kein guter verlierer okay aber ich hoffe der type kann verlieren also glücksträhne würfel glück hier der zweite in einer reihe dämonische spiele würfel glücks würfel gut dreifartigkeits würfel ok bestätigen erweifelt erwartet erwartete würfelspiel regel die bunte regeln beim würfeln wurde erweitert eine große straße ist wert eine kleine straße beziehungsweise mit teufelskopf ein neuer würfel mit einem teufelskopf als joker anstelle einer eins der als eine beliebige zahl so ist zum beispiel 1000 wert und ebenfalls 1000 wert der nachteil des teufelskopf würfel ist dass er keine eins hat daher ist er die einzige seite beim erzielen von punkten die ja die 5 die seite mit dem joker allein erzielte keine punkte sondern nur in kombination mit einer zahl wenn du zum beispiel würfelskopf gehst du leer aus ok dein ruf eilt dir voraus aber mich besiegst du nicht 6000 hast du zufällig die fülle über jeder sind zu klein nee hab sie erst gestern gegen schnaps eingetauscht du bekommst noch früh genug neue ich knüpfe dem ersten feld für welche ab der uns über den weg laden bei deinem glück ist es ein bettelmönch der gar keine schuhe an hat hat sowas gar nicht erst im ernst da gehe ich lieber barfuß ok es gibt punkte und dann ok punkte so er hat auch verschiedene würfel hm 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 ok was auch immer der typ da singt hm 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 ich glaub's nicht sehr gut was singen die da ok einmal das 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 hm ich bin gerade am überlegen muss auch passen dann hätten wir noch zwei die Chance ist dann Glückswürfel und das muss mal pissen ich bin gerade zu zahlen aber das ist nicht eine ungerade Zahl ah wir passen jau ich lass mir nur voll essen und schlafen was soll man hier sonst rund rinfern es ist leise es ist neuer als ob du wieder herrschel ok die hat schon mal soll ich oder nicht nein besser ah Gott sei Dank so was haben wir so so wir sehen was da rauskommt 500 ich darf nicht zu gierig werden so behalten und passen ja können alle auf einmal durchsingen oh im Moment geht's noch hmmm hmmm welche voll Blut eine blutige Blut du bist ja danke diese Geschrei also hmmm so was ist der Bruder seines Vaters ist im Teich ersoffen ok nochmal hmmm langsam wird's seltsam ach sehr gut die ist noch 2000 so so das auch noch nehmen nein oh scheiß Kopfweh ich kann das hier nehmen und ja lassen wir es vorerst das war's was ist mit den Würfeln los keine Ahnung sag du es mir so so na machen wir es so vielleicht haben wir kein Glück ja ja und ja und wir passen Scheiße ich hab gewonnen schlage den ersten Gegner du bist ein Betrüger Herr ich fordere dich zum Duell äh ok ich lasse mich nicht des Betrugs bezichtigen ich nehme an also was für ein Duell ähm Pfeilschießen klingt so oder gut in ein hast Glück dass ich gut gelaunt bin hau ab und komm mir nie mehr unter die Augen danke ich werde es nicht vergessen gut nimm dein Schwert und jetzt hau ab ok wer bist du die Wache gut Moment Bandit bei deinem Glück ist es ein Bettelmönch der gar keine Schuhe an hat so was gar nicht erst im Ernst da geht es um die Fahre Beata Beata das ist ein Kerl äh Bandit Bandit drüben scheint irgendetwas zu sein aber reden wir mit Blabla Blaha meine ich will würfeln gegen wen trete ich an letztes Mal waren dir die Würfel hörig es geht gegen Bertha er ist ein waschechter Kerl aber heißt halt so weiß der Teufel warum ok das sagte ich mir und wieder 6000 Punkte also ja so gut dann das hier und dann Glückswürfeln bis jetzt war das immer am besten so 1 2 3 4 5 6 so das passiert nicht noch einmal oder das Lagerleben ist kein Zuckerschlecken äh so irgendwie hat der Typ kein Glück muss mal pissen muss mal pissen okay wir machen so das gewonnen das war einfach das war einfach erzähl mir etwas über dich erzähl mir etwas über dich erzähl mir etwas über dich wozu soll das gut sein willst du den Leuten erzählen was für ein guter Würfelspieler ich bin ähm ich bin nur neugierig wie sagt man so schön neugier ist der Katze tot aber was soll's man nennt mich Bertha und ich bin die rechte Hand von Herrn Erhard Bertha äh du hast schon von mir gehört die Geißel von Vlasheim niemand der meine Axt zu spüren bekam konnte davon künden äh warum seid ihr hier seit seid ihr die ganze Zeit im Lager bis später äh warum versteckt ihr euch hier so würde ich es nicht nennen wir ruhen uns hier nur ein wenig aus wovon naja es wurde ein bisschen zu brenzlig hier lässt man uns in Ruhe solange wir uns nicht in Sasor blicken lassen mhm und hier verlasst ihr nie das Lager? was willst du damit andeuten? dass wir hier alles vollscheißen? nein so meinte ich das nicht nein nein ich dachte nur du weißt vielleicht was sich hier in der Gegend zuträgt manchmal treffen wir auf Jäger oder umherreisende Pilger und hier in der Nähe leben Köhler die sich zuweilen mit uns die Zeit vertreiben den Fluss überqueren wir nicht bis zu nah an Sasor okay bis bald gut äh kann ich dich etwas fragen? sicher doch ist eh so langweilig hier erzähl mir von dir du bist Mala Dota richtig? richtig warum fragst du? einfach so einen recht interessanten Rückzugsort habt ihr da so kann man es auch nennen bin erst seit kurzem hier hab sie vor großer Scheiße bewahrt und seitdem gehöre ich zu ihnen okay erzähl mir deine Geschichte wirklich? was genau ist passiert? also neulich lauerte ich einem Fuhrmann auf zuvor hatte er sich das Maul über mich zerrissen also dachte ich mir ich raube ihn aus Rache aus da hocke ich also hinterm Busch und als ich den Karren höre springe ich auf den Weg um ihn zu überfallen doch es war nicht der Fuhrmann sondern ein Händler er sieht mich mit meiner Waffe fängt an zu schreien und ruft damit seine bewaffnete Eskorte auf den Plan woraufhin ich derjenige bin der plötzlich in der Klemme steckt was für ein Pech aber auch ja du Armer ja auf jeden Fall nahmen sie mich gefangen sie hielten mich für einen von Herrn Erhards Speern und wollten dass ich sie zu ihm führe natürlich sagte ich ihnen dass ich überhaupt nicht weiß wovon sie reden als sie damit drohten mich zu reden an aufzuhängen und was weiß ich was noch alles tauchte plötzlich der Baron mit seinen heiteren Gesellen auf und jagte die Eskorte des Händlers über alle Berge seitdem gehe ich mit ihnen durch dick und dünn wahrlich eine unterhaltsame Anekdote nicht wahr wäre ich nicht gewesen wäre der Baron an meiner Stadt in die Eskorte gerannt und jetzt Geschichte sie haben mir ihr Leben zu verdanken so kann man es auch sagen wie ist es hier so kommt hier auch ein bisschen rum wir dürfen nicht einfach raus deswegen bin ich immer hier macht aber nichts man kann hier gut die Zeit totschlagen und das Weib ist ja auch da äh das Weib du bist Maladota richtig einfach so so kann man es auch nicht irgendwann musst du mir mal davon erzählen wenn du magst okay das Weib ähm das Weib hmm Pichuna äh erzähl mir von dir was treibst du hier du siehst nicht wie einer von ihnen aus ja da hast du recht ich bin von hier und ein Räuber bin ich auch nicht wenn sie hier sind kümmere ich mich um die Vorräte und was machst du wenn sie nicht hier sind was halt so anfällt aber ich muss sagen das Räuberlager wirft für mich ganz schön was ab und ich riskiere dabei nicht mal meinen Kopf okay und das kannst du mir etwas über das Lager erzählen den Ort an sich den kenne ich schon eine Ewigkeit hab hier schon als kleiner Knirps mit meinen Freunden gespielt als ich später mal für eine Weile untertauchen musste stieß ich hier auf diese Edelleute und stellte fest dass sie gut zahlen wenn man ihnen Wein und Essen bringt warum musstest du untertauchen ach war nichts Schlimmes ich hatte es auf ein Mädel abgesehen aber ihr Alter und ihre Brüder konnten mich nicht leiden zumal sie einem reichen Händler versprochen war als sie unter der Haube war war das Thema erledigt okay ich geh dann mal also langweiliges okay das ist ein Bandit sie als ob du die das erste Mal hast ans Jucken musst du dich doch schon gewöhnt haben ich werde mich nicht dran gewöhnen du solltest dich ab und an mal waschen wasch dich doch selbst der Bruder meines Großvaters ist beim Baden Moment mal reden wir zuerst mit dir was ist hier eigentlich los irgendwie ist hier alles seltsam warst du etwa noch nie in einem Lager heiterer Räubergesellen also heiter waren sie bisher nie ihre Beute haben sie und jetzt wollen sie Spaß saufen würfeln und Frauen ich bin die einzige Frau hier aber sie interessieren sich eh mehr fürs Würfeln und fürs Saufen und dann sind sie platt sie scheinen vernarrt ins Würfeln zu sein ja und sie spielen immer gleich jeder Spieler setzt sein wertvollstes Beutestück und der Gewinner kriegt alles meistens endet es handgreiflich aber schon lange her dass jemand dabei draufgegangen ist ich sollte mich vorsehen tu das Hübscher es wäre wirklich schade um dein Gesicht ähm sie hat gerade erst nur mein Helm gesehen also wie sieht sie aus von vorne was ist die eigene warst du etwa noch nie also halt ihre ja tu das okay wir können uns nur mit ihr quatschen dann Herr Blaha ich will würfeln gegen wen trete ich an letztes Mal waren dir die Würfel du spielst gegen Maladota er ist etwas ach du wirst es selbst okay wir werden es gleich sehen hieß es bis jetzt haben wir noch niemand entdeckt mit mit irgendetwas goldenen Würfeln also rot-goldene Würfel bin schon gespannt wie du wirfst äh ja wenn es so gut läuft wie letztes Mal dann kannst du wirklich gespannt sein scheiß Zelte scheiß Lager ich hab genug von dieser Scheiße aha wiederholt das noch ein paar Mal hm und passen scheiße ja wow also ich meine die Farbe was für ein scheiß Tag du brauchst eine ordentliche Rauferei um mich aufzuhaltern soll ich oder nicht nein besser nicht hm also einmal hier hier das geht ja nicht ah er muss er muss abtrechen aber das könnte knapp werden ja dann kannst du nicht erzwingen aber warum hat der aufgehört ja so keiner zum ausrauben hier arsch langweilig oh 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 aber jetzt wird's was jetzt lass mich volllaufen was soll man vorbei ja oh gut also was haben wir hier ich könnte alles nennen aber wir wir behalten das vorerst so so ich lass mich volllaufen was soll man hier sonst tun eins das war's jetzt du ach Gott sei Dank ok so das passiert nicht noch einmal oder doch so ich glaube das reicht das reicht vollkommen hm können wir mit dem noch reden ich hätte noch du bist mal dann hab zu weit gekleckt so dann fehlt nur noch einer so ich will würfeln letztes mal war dein gegner ist per huna er stammt von hier und bringt uns vorräte eine schicke halskette hat er gesetzt oh per huna ok so also los geht's ja los geht's mein Gott die Würfel gehorchen dir ja aufs Wort los Minus mhm so haha gut wir müssen passen scheiße aber gut eine halskette also das war's ich will nur fressen und schlafen und weg ach ich nehme ein Turnierteil ok fast wieder nüchtern ja ok gut fehlgeschlagen das kommt aber wieder so wir haben gleich gewonnen machen wir es so vielleicht haben wir Glück gut fortfahren also das wäre gleich gut hoho hoho ich könnte meine Schuhe fressen 3000 ja wir behalten's schlage den letzten Gähner er kann jederzeit aufhören der Rundschaft freigeschaltet wer das Turnier gewonnen hat gut das fragen wir gleich wie hab ich mich geschlagen Herr Alphons ich muss schon sagen du hast sie zerlegt hier der Schlüssel für den Preis ab tausend Dank ok Turschlüssel Hotel ja das Gewonnene das ist irgendwo dahinter gut gehen wir mal mit ihm eine Frage ich geh dann mal ich könnte meine Schuhe fressen ich könnte meine Schuhe fressen ok das Bandit ist der hier der Anführer will dich nicht sehen ich dachte schon ist das der Anführer oh äh ja das ist ein toter Höhlenpilz stehlen will ich nicht ähm oh klar ähm Moment äh wo sind wir äh hier und hier gewonnene Würfel ich dachte wir sollten auch noch verhandeln was wie ein scheiß überall Dreck und gestorben hier können wir nicht reden was ist das man hätte sich ja auch reinschleichen können es scheint gut ich würde aber sagen das war's für diese Folge also liebe Leute ich muss nur noch rausfinden wie wir da hochkommen oder dahin kommen warte können wir mit dem Typ reden Bandit so ok hier ist es also aha ich werde das hier meiste Silberkette gut ich würde aber sein das war's für diese Folge also liebe Leute bis zum nächsten Mal ciao hao ciao schön ciao